Hallo Leute hier ist Norman von der Nerdbench. Ihr habt nun einen Android USB Stick und möchtet ihn bequem von der Couch aus ausschalten? Das Problem hatten die Nerdbencher auch. Wir haben uns umgesehen und die Mili F10 geholt. Die Mili F10 hat auf der einen Seite eine Tastatur und verfügt auf der anderen Seite beim Mausklick-Button, ein Zurück- und Homebutton. Mit der Mili F10 kann man herumsteuern. Damit bin ich ein bisschen ungeschickt, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Die Mili F10 wird mit einem doch sehr groß geratenen Dongle angeschlossen, den erkennt Android als auch Windows sofort und man kann direkt anfangen zu arbeiten. Die Tasten fühlen sich sehr schön an, also sie haben einen sehr guten Druckpunkt. Störend finden wir, dass wir Sonderzeichen wie das Ausrufezeichen nur über Fn-Tasten erreichen. Beides muss gleichzeitig gedrückt werden. Die Mili F10 liegt genau richtig in der Hand, um damit zu navigieren und zu tippen. Damit macht auch dann das Würfeln bei Mensch ärgere dich nicht richtig Spaß. Wenn ihr noch Fragen zur Mili F10 habt, rein damit in die Kommentare.